Berichten zufolge möchte Prinz Harry im Mai mindestens eine Woche in Großbritannien verbringen und soll zur Feier zum 10-jährigen Jubiläum der Invictus Games in die St. Paulskersiedrille fliegen. Es ist jedoch unklar, ob Meghan teilnehmen wird oder nicht. Der Termin für den Gottesdienst ist der 8. Mai, nur zwei Tage nachdem der Sohn Archie seinen fünften Geburtstag feiern wird. Es ist jedoch nicht bekannt, ob er und seine kleine Schwester Lilibet den Vater begleiten werden. Einem Insider zufolge plant Prinz Harry, am 7. Mai nach Großbritannien zu reisen und an einem geheimen Ort zu bleiben, um hoffentlich einige Zeit mit seiner Großfamilie zu verbringen, bevor er nach Kalifornien zurückkehrt. Eine Quelle berichtete dem New Magazine, Harry und Meghan planen am 6. Mai eine fünfte Geburtstagsfeier für Archie in ihrem Haus in Montecito. Dann wird Harry am nächsten Tag mit einem Privatjet nach Großbritannien fliegen. Harry möchte am Jubiläumsgottesdienst teilnehmen und anschließend noch ein paar Tage in Großbritannien verbringen, damit die Kinder Mitglieder von Harrys Familie treffen können. Der Herzog von Sussex soll besonders an der Wiedervereinigung mit seiner Familie interessiert sein, nachdem bekannt wurde, dass König Charles und Prinzessin Kate beide an Krebs leiden. Die Quelle fuhr fort, Harry würde es lieben, wenn Archie und Lilibet eine bessere Beziehung zu ihren Cousins oder sogar den Kindern einiger seiner Freunde hätten. Er hat das Gefühl, dass sie viel zu lange nicht im Vereinigten Königreich waren und möchte hier anfangen, sich ein Leben aufzubauen, nicht in Vollzeit, sondern als zweites Zuhause, das sie regelmäßig besuchen können. Aber der Insider sagte, dass Meghan ihre Kinder nicht mit Harry gehen lassen will, sie aber unter der Bedingung in Betracht ziehen wird, dass Harry gezwungen wird, eine weitere Geburtstagsfeier für Archie auf einem Anwesen der königlichen Familie abzuhalten, vielleicht ein Schritt für einen PR-Gick? Aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Darüber hinaus könnte es für Meghan schwieriger sein, sich mit der Aussicht zu befassen, mehr Zeit in Großbritannien zu verbringen, da sie verständlicherweise einen angstbesetzten Besuch in England vermeiden möchte, bei dem sie das Gefühl hat, nicht erwünscht zu sein. Sie war seit September 2022 nicht mehr in Großbritannien, als sie zusammen mit dem Rest der Royals an der Beerdigung von Königin Elisabeth II. teilnahm. Während Meghan seit ihrem Ausscheiden aus der königlichen Familie im Jahr 2020 nicht mehr oft nach Großbritannien zurückgekehrt ist, geht sie mit Harry zum Platin-Jubiläum von Königin Elisabeth im Juni 2022 zurück. Allerdings wurden sie nicht besonders herzlich empfangen. Im Rahmen der Feierlichkeiten besuchten die Sussexus den nationalen Thanksgiving-Gottesdienst in der St. Paulskisidrel. Es war ihr erster gemeinsame öffentliche Auftritt mit der königlichen Familie seit zwei Jahren. Auf einem Video, auf dem das Paar beim Verlassen des Gottesdienstes zu sehen ist, ist zu sehen, wie Menschen Mengen ausbohren, als sie die St. Paulskisidrel verlassen. Meghan beschloss dann, sich ihrem Mann nicht anzuschließen, als er im Mai 2023 zur Krönung von König Charles erneut nach Großbritannien zurückkehrte. Die Moderatorin der American News, Meghan Kelly, schlug Meghan vor, Harry nicht auf der Reise zu begleiten, weil sie befürchtete, noch einmal ausgebucht zu werden. Ich glaube wirklich, dass Miss Dutch es den Gedanken, ausgebucht zu werden, nicht ertragen konnte, sagte sie auf Sky News Australia. Darüber hinaus haben Harry und Meghan nach ihrer Räumung aus Frogmore Cottage kein Zuhause mehr im Vereinigten Königreich. Das Anwesen war dem Paar als Hochzeitsgeschenk von der Königin geschenkt worden. König Charles stellte ihnen jedoch Anfang Januar letzten Jahres einen Räumungsbescheid zu. Die Sussexes gaben dann im Juni 2023 die Schlüssel zurück und ihre restlichen Besitztümmer wurden in ihr neues Zuhause in Kalifornien verschifft. Nach ihrer Räumung aus Frogmore wurde berichtet, dass Harry und Meghan eine private Vereinbarung mit dem König treffen müssten, wenn sie in Zukunft in königlichen Häusern bleiben wollten.